Ich flog in ein Flugzeug, ja, von Bulgarien nach Wien, ja, da wagt das Flugzeug hin und her, ja, die Leute sagten, wir landen hier ab hier, ja, wir flogen, wir flogen in ein Flugzeug, ja, das wagt in ein Flugzeug, ja, ich dachte immer, was ist denn da? Ich ging auf einmal aufs Reise, ja, wie ich aufs Reise gegangen bin, wach ich mich ein und das ist gewiss, ich dachte, was ist denn da, ja, ja, geht mir so schnell, ja, auf einmal sagen die Leute, ja, wir werden landen gleich am Kircht im Jahr, ja, das Flugzeug wackelt hin und her, das ist gewiss, ich schaute ja beim Fenster raus, das sah ich alles, die ganzen Leute gehen, ja, unten, ja, hier, ja, alle sind schön schön da und warten auf das Flugzeug, ja, wenn es ab spürt, ach ja, ja, wir flogen so dahin, ich dachte, hoffentlich kommen wir an, gesund, gesund, hoffentlich kommen wir an in Wien, Sonst bleiben wir am Boden hin, ja, das Flugzeug flog doch, ja, hin und her und wackelt es sogar, immer wieder wackelt es ja, auf einmal kommt der Flughafen Wien sogar, da freut sich ja das Herz, ach ja, denn wir haben überlebt, auch ja, das Flugzeug hat gewackelt, ja, warum, es hat zu gewackelt, ja, es ist zu tief geflogen, ja, wir haben bald am Kircht im Jahr gelandet, ja, ja, das wäre noch eine Zeit, seit der Zeit flog ich noch niemals heute, das wäre das erste Mal und kein zweites Mal, platziert sie drauf, auf ihr seht.